Das oberste Gericht der USA wird sich mit dem Anspruch von Donald Trump beschäftigen, als Ex-Präsident weitreichenden Schutz vor Strafverfolgung zu genießen. Der Supreme Court setzte am Mittwoch einen Termin für mündliche Verhandlungen ab dem 22. April fest. Dabei gehe es um die Frage, ob und wenn ja in welchem Umfang ein ehemaliger Präsident Immunität vor strafrechtlicher Verfolgung für ein Verhalten genießt, das mit Amtshandlungen während seiner Amtszeit zusammenhängen soll. Damit ist das Hauptverfahren gegen Trump im Zusammenhang mit dem Sturm auf das Kapitol am 6. Januar 2021 ausgesetzt. Trump begrüßte die Entscheidung. In einer Mitteilung auf seiner Plattform Truth Social schrieb er, ein Präsident muss die Freiheit haben, ohne ungebührlichen Druck zu entscheiden, was für unser Land richtig ist. Wenn es keine Immunität gibt, wird die Präsidentschaft, wie wir sie kennen, nicht mehr existieren. Ein Bundesberufungsgericht hatte am 6. Februar einstimmig Trumps Anspruch auf Immunität zurückgewiesen. Es beschrieb diesen als uneingeschränkte Befugnis zur Begehung von Straftaten. Unklar ist, wann das oberste Gericht ein Urteil fällen dürfte. Von den neuen Richtern am Supreme Court gelten sechs als konservativ, drei von ihnen wurden von Trump selbst eingesetzt. Die Präsidentenwahl findet Anfang November statt.